Bei den Dreharbeiten in Deutschland, diesmal für Arte im Großraum Wangen, Ravensburg und Kempten, ist ganz klar, dass die Frühstücksheimat hier in Wangen ist. Immer sind wir dann Hotel Mohrenpust. Ein tolles Frühstück, wir werden verwöhnt und wir kennen das Hotel schon seit sechs Jahren. Vor sechs Jahren hat ein Freund mich auf die Idee gebracht, hier mit ihm zu frühstücken. Es war ein toller Tipp, der sich bis heute gehalten hat. Mein Team ist heute leider nicht dabei, aber dafür habe ich genug, jetzt am Frühstücksbuffet zu futtern. Toll war es hier in Wangen, Hotel Mohrenpust.